Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Daniel Wolfson. Mein Name ist Carlos Kalanta. Und willkommen zu Chips und Kaviar. Der auch Videopodcast mit Tischen. Der Dreitisch-Videopodcast. Wir sind ausgestattet und wir haben diesen Tisch in der letzten Woche mindestens dreimal gesehen. Ja, absolut. Auf verschiedenen Open Mics, gestern sogar auch bei uns im Oplomov, wo wir auch einen Mic hatten. Genau, genau. Das hat ein bisschen diesen Effekt von, ja, dass man so denkt, man hat diesen neuen Pulli. Ja. Aber ah, nee, der ist ja von H&M und ich sehe sofort in der Fußgängerzone einen Typen, der den anhat. Wir haben den Tisch von H&M? Ja, quasi. Das ist quasi das H&M von der Einrichtung. Aber das ist so eine Art Comedy-Tisch. Also überall, wo es Comedy gibt, haben wir ihn gesehen. Ja. Aber wirklich innerhalb von einer Woche. Also wir haben den bei dem einen Open Mic gesehen, bei unserem Open Mic und das ist der Comedy-Tisch jetzt. Das ist ein Comedy-Tisch. Interessanterweise auch, das nennt man ja den Red Car-Effekt, okay? Wenn man sich ein rotes, auffälliges Auto kauft, dann hat man einfach das Gefühl, dass dann plötzlich jeder eins hat, weil man darauf so sehr achtet. Und bei mir geht es gerade so mit meiner Red Hat-Mütze, ich erlebe gerade den Red Hat-Effekt und das ist eine Farbe, die wirklich hervorsticht und ich sehe echt viel damit. Und dann schäme ich mich, weil ich mir so denke, das wirkt, als wären wir so eine Gruppe. Das wirkt, als wären wir so eine Reisegruppe und damit wir uns nicht verlieren, haben wir so eine Markierung. So ein Google-Dult, ihr seid alle Papa-Schlumpf. Ja, genau. Also, ihr habt gerade schon eine Werbung gehört, damit ihr eure Gesundheit einfach, ja? Für eure Gesundheit und wir haben weitere coole Sachen für eure Gesundheit. Wir haben weitere kleine Tipps. Kleine Tipps und zwar kann ich für eure Gesundheit sehr empfehlen, die Europa-Tour. Daniel und Kinan in Berlin, Mainz und Trier, das sind die nächsten Termine, die anstehen. Genau, Berlin, Trier und Mainz. Berlin ist heute, also wer es jetzt am Dienstag hört, da ist es heute, es gibt noch Tickets auf standa44.de slash Europa-Tour. Ist es noch mit slash Europa-Tour oder ist es jetzt einfach? Ja, genau, das gibt es. Und auch einfach auf standa44.de, falls es für euch einfacher ist. Dafür gibt es noch Tickets. Und dann am 21. Trier und am 22. Das ist so die große neue Ankündigung, weil wir wurden in den großen Raum verlegt und das heißt, da sind noch Tickets frei geworden. Also falls ihr dort lebt oder dort hinkommen könnt, das ist der 22. Erste und wir spielen in Mainz, kommen dahin mit der Europa-Tour. Also 21. Erster Trier, 22. Erster Mainz und heute sozusagen Dienstag Berlin, Wohlmäuse. Genau, korrekt. Wie sieht es bei dir aus? Das ist eine Überleitung zu mir. Ich habe zufällig genau diese drei Städte. Und zwar am, was war das auf dem Shit? 30. Oh nee, warte mal. So, ich kenne meine Termine. 30. Erster Mainz, 31. Erster Trier und in Berlin bin ich auch in den Wühlmäusen am 3. Zweiten. Dritter, Zweiter, genau. Also wir haben alles verlinkt in den Shownotes. Und ja, gebt euch einfach alle Shows. Gebt euch beide Shows. Gebt euch beide Shows. Geht zu zwei Shows und seht drei Comedians. Ja, voll. Also Carvus Shows bekommt ihr auf carvuscalanta.de. Und ja, das alles, wir denken einfach an euch. Wir wollen, dass ihr optimiert ins neue Jahr startet. Mit Vitaminen und Lach an. Das ist ein Selbstoptimierer-Programm. Ich finde, das ist bei euch wahrscheinlich auch so, dass das Publikum rausgeht und dann einfach so, okay, krass. Ich bin motiviert. Wie so ein Motivational Speaker, das sind Seminare. Ich komme raus mit so einer Alpha-Haltung und so einem Sixpack. Ja, ja. Ich habe es verstanden. Wir machen aus Leuten Machern dann plötzlich. Ja, total. Total. Das ist das Ziel von Comedy allgemein. Apropos Machern, okay. Ist dir auch gefallen, dass selten etwas einen so schnellen Imagewechsel erlebt hat wie Omikron? Ah. Weil Omikron war so die gefährliche neue Sache und plötzlich waren so Leute, ich hoffe, ich bekomme es. Also es ging so richtig schnell. Ja, weil es jetzt auf einmal so dieser Übergangsshit ist, so in demischen Lage. Ja. Auf einmal ist es so, Omikron ist da. Nee, es war so plötzlich so der größte Feind und plötzlich so ein willkommener Gast. Also einfach aus dem Nichts so, ja, hey, können wir dir Tee servieren? Also wir haben Bock drauf. Also es gibt wirklich Leute, die haben Bock darauf, das zu bekommen. Omikron zu kriegen? Ja, also geimpfte Leute oder gerade ungeimpfte? Ja, ich glaube gerade die ungeimpften. Aber hier Drosten meinte, das führt aber nicht zu dem späteren Schutz vor weiteren Variationen. Ja, ich habe auch irgendwie, ey, das ist für mich so komisch, Drosten wieder reden zu hören. Weil ich habe ihn wirklich, also das war in meinem Leben vielleicht einer der kürzesten Hypes ever, war so, ich werde mir diesen Podcast geben. Und ich war zwei Folgen Amped Up, März 2020 und dann war ich schon raus. Ja, das war so wie der Drago Seed and Tape Song, so irgendwie ein sommerlang richtiger Hit und danach so ein Jahr später, was haben wir so angehört? Ja, sorry, ganz kurz, das ist eigentlich eine witzige Verbindung, weil Drago Seed and Tape, das habe ich nie verstanden. Also du erinnerst mich. Ist es rumänisch? Ja, ich kann mich voll hören. Das war, ich finde, das ist wirklich vielleicht einer der schlimmsten Songs, der jemals produziert wurde. Erfolg hatte. Nee, produziert, ich meine es wirklich. Und das Spannende an dem ist, der hatte ja dann selber auch Mutanten. Also es gab dann irgendwie komischerweise den Song dreimal in den Charts. Also es war irgendwie, dann gab es zwei andere Versionen noch währenddessen oder mindestens eine. Wie, aber Versionen oder Leute, die versucht haben, auch so in dem Style? Ich glaube, es gab einfach noch einen anderen Künstler, der diesen Song noch währenddessen gesungen hat. Das war so total verrückt. Also ich müsste es mal recherchieren. Das war so ein komisches Phänomen. Sondern da gibt es einen Scheiß-Song und davon gibt es drei Auskopplungen. Und der ist dreimal in den Charts. Oder zumindest zweimal, aber es war so total verrückt. Aber weißt du noch, welche Sprache das überhaupt war? Ist es rumänisch? Keine Ahnung, es waren irgendwie drei Rumänen auf einem Flugzeug. Das war gleich Kontrabass. Ja, das war ein ganz komischer Song. Wusstest du, dass ich mal in Rumänien war? Ich würde jetzt schätzen, dass ich das überraschte. Ich glaube, du hast es mal genannt. Ja, du hast es auch mal erzählt. Ich war so eine Woche in Rumänien. Ja. Ja, wir waren damals Janek, Lutzek, ich und Malte, falls er mal in den Podcast rein... Malte und Andi. Ja, ja. Genau. So. Lutzek ist auf der Hälfte der Fahrt dazugekommen. Genau. Ja, nennen alle random Namen damit. Nein, damit sich keiner irgendwie beleidigt fühlt. Das war voll cool. Wir haben eine Europafahrt gemacht. Europatour. Passt. Und mit so einem, also so Klischee, wirklich mit so einem Bulli und dann waren wir zwei Monate unterwegs und eine Woche davon in Rumänien. Ja, um Noten zu... Ja, natürlich. Das ist richtig komisch, wenn dann der Strip so endet. Ja. So am Ende von Europa. Okay. Oh, krass. Die Kondome sind ja auch günstiger. Ja. Aber sogar das lassen wir weg. Die sind hier so günstig, wir brauchen noch nicht mehr weg. Warum? Warum? Darf jetzt alles? Aber, ähm, ja, ich, ähm, ach, keine Ahnung, mir ist da gerade was eingefallen. Es gab, es gab so einen Ort, wir waren an so einem Strandort, ich glaube, das ist das Schwarze Meer oder was? Und das hat ja irgendwie, es gibt voll viele, ich habe nie die Verbindung recherchiert, aber voll viele so Deutsche leben in Rumänien. Ah, ja. Also so alte, also die haben eine deutsche Minderheit, es ist irgendwie sowas. Ja, aber ist das nicht der Thailand-Effekt? Was, was? Ist das nicht der Thailand-Effekt? Ja, auch, also ich glaube nicht Thailand-mäßig, sondern die haben irgendwie, da gab, es war so ein Hippie-Ort, da waren so alte Hippies und so. Und es war irgendwie ganz cool da. Aber Rumänien, soweit ich das noch weiß, hat eine alte deutsche Minderheit, also so, die vor 100 Jahren ausgewandert sind. Echt. Oder 150, 200 Jahren. Also da konnten einige Leute deutsch, also es war irgendwie, ja, sieht man nicht kommen. Krass, ich habe diese Story auch nicht kommen gesehen, das war überraschend. Ja, und muss ich sagen, krasses Stadt-Land-Gefälle. Alter, auf dem Land war das echt so wie Borat teilweise, wie man sich Rumänien vorstellt. Und dann in der Stadt so voll cool. Nokias. Nokia 33. Aber warum, also wie kam es, also was wolltest du? Na, ich dachte, Dragos Senaté war vielleicht rumänisch. Du hast einfach nur irgendwelche random Freunde genannt und dann diesen geografischen Fakt. Lass mich doch mal eine kleine Geschichte erzählen. Eine süße kleine Geschichte und es hatte sogar was mit Europatour zu tun. Das stimmt, das stimmt. Wir sind nicht in Rumänien, leider. Aber es gibt eine deutsche Minderheit, wir können da Shows machen. Gerne, gerne. Ich frage mich, ob uns jemand in Rumänien hört. Das wäre ganz cool, wenn uns jemand von euch neuerdings chicas, ja, wir sind hier genderfluid, wir sind hier progressiv. Wie jetzt wieder chicas? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Chips und Kavias, ja, nicht, dass ihr denkt, naja. Wir haben keinen Namen. Genau, aber irgendwie, ich weiß nicht, geht es dir auch so? Du schaust ja auch jeden Tag Tagesschau, oder? Fast, oder? Ich würde sagen, wie so jemand, der voll viel Sport treibt, so viermal die Woche. Naja, das ist dein Sport. Ich auch. Und bist langweilig geworden. Echt? Ja, oder? Müsst du nicht? Ey, vielleicht bin ich gerade... Ich kann es mir nicht mehr anschauen. Das könnte wirklich sein, weil ich habe seit einer Woche nicht mehr reingesapft. Ich schaffe es nicht mehr. Ey, diese Show, die da läuft, buh. Wirklich, wirklich, weil die ganzen Corona-Nachrichten, okay, we get it, wir haben es verstanden, wir wissen, was es ist und es kommt nichts mehr Neues, gerade, einfach. Ja. Und außerdem, die haben dieses Lockdown-Gedöns, ey, ohne Scheiß, jeder dachte, es würde ein Lockdown geben. Dann war es fast schon eine Enttäuschung, dass die Dinge nicht gehabt haben, finde ich. Ja, ja, ja. Dann kam ich jetzt mit zwei Geplos, es ist alles nervig, sich das anzuhören, kann man nicht mehr. Genau, wir sind wirklich an den Punkt geraten, wo es maximal banal ist. Ja, ja, es ist so total unbefriedigend und man kann es gar nicht mehr ernst nehmen. Und außerdem auch dann so welche Sachen, so Russland-Ukraine-Konflikt, scheinen nicht so zu eskalieren, wie man die ganze Zeit das so gesagt hat. Dann ist es auch schon so, ja, zum Glück, aber auch ein bisschen enttäuschend. Also quasi, das führt zu nichts. Also du meinst, es ist wie bei so einem Boxkampf, wo es so diese Pre-Fight-Pressekonferenzen gibt, aber es gibt nicht den Kampf. Ja, für mich ist es irgendwie so Trailer und es gibt nicht den Film dazu. Ah, okay. Weißt du, man schaut sich die ganze Zeit irgendwelche Trailer an, ja, das und das wird passieren, das und das und dann passiert es nicht und dann ist mal so, oh, ich bin diese Trailer angeschaut. Naja, vielleicht wird der Film gerade noch geschnitten und wird dann noch ausgestrahlt. Ja, eine neue Information in diesem ganzen Konflikt ist, dass Kanye jetzt irgendwie richtig close mit Putin sein möchte. Ah, okay. Und er möchte für Putin rappen. Also irgendwie, das Team von Kanye meinte auch so, das finde ich tatsächlich spannend, was das einfach sozusagen für Popkultur bedeutet. Ist auch ein weiterer amerikanischer Held, der dann in Russland leben würde, neben Edward Snowden. Eigentlich, das ist witzig. Mit seinem Mega-Head, ey. Kanye und Snowden starten Podcast. Ja, Snowden streamt ihn über irgendwelche. Snowden ist so voll sachlich und ist ihm so scheißegal, wie das alles rüberkommt, was er sagt. Und Kanye will dann draus ein Ding machen. Beides eher Republikaner auch, interessanterweise eigentlich. Ja, Snowden hat, glaube ich, in seinem Buch geschrieben, er ist irgendwann zu Demokraten rübergeswitcht. Oder es war in so einem Film oder so. Und er hat Obama gewählt, weil Obama so gesagt hat, ich werde das alles machen. Und dann hat er mitbekommen, wie er das einfach gar nicht gemacht hat. Also irgendwelche Whistleblower-Gesetze und Leute schützen. Witzig. Aber, okay, also er will jetzt rappen für Putin. Ja, irgendwie sowas, ja. Soll ich mir mal so eine Veranstaltung geben. Und Leute aus Karniers Team haben gesagt, so Russland wird in Karniers Leben eine größere Rolle spielen. Ey, finde ich aber wirklich, also ich bin einfach gespannt, weil es ist einfach eine komplett neue Zeit. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Und es ist irgendwie ganz spannend, was Kanye macht, weil es ist gerade so eine Kanye-Season. Egal, was er macht, es wird gerade irgendwie, es ist alles eine Sache. Zum Beispiel, er hat eine Gap-Kooperation. Du kennst den Laden Gap? Ja, ja. Ja, es ist einfach, glaube ich, wie so ein hochwertigeres H&M. Es sind ganz viele Basics, hochwertiger und so, der hat da früher gearbeitet. Und ich bin gespannt, weil er bringt da so eine eigene Kollektion raus. Ach, mit denen? Mit Balenciaga oder so. Und das ist auch voll witzig, dass er so diese zwei Welten vereint und so was. Und er, also keine Ahnung, alles ist jetzt gerade so ein Kanye-Ding. Und jetzt ist das so die nächste Sache, dass er auch in Russland eine größere Rolle spielen wird. Aber ich habe auf Twitter gesehen und ich konnte es wirklich nicht fassen, weil es gab irgendwie so einen Minister für innere Sicherheit, ja. Also russischer Minister für innere Sicherheit, glaube ich, oder so. Und er hatte erzählt, er wurde von der Interviewerin gefragt, was er von Kanye hält. Ein russischer Minister. Ja. Und er kannte sich aus. Das war so witzig zu sehen, weil er hatte von einem russischen Rapper geschwärmt, so Oxymoron oder so heißt er, ja. Ah, den kenne ich, glaube ich, sogar. Echt? Ich hatte das irgendwann mal. Ich glaube, der ist da ziemlich big. Und er, also ist ein Rapper, der hat auch so Schimpfwörter drin und so. Ja, ja. Und dieser Typ war so, das war voll interessant. Ich weiß nicht, ob es ihm jemand da so gesagt hatte. Aber das war so witzig zu sehen, weil er kannte sich auch aus mit diesem Oxymoron, und so mit diesen Wortspielen und dass er so, ja, dass er so cool, so gut mit Worten und Ideen umgehen kann und so. Der wurde krass gebrieft. Nee, und dann plötzlich redet er auch über, dann redet er über Mr., no, Mr. West. Also, weißt du, er redet einfach so über Kanye und sagst, das tolle an ihm ist, dass er so quasi neue, moderne Melodien erschaffen hat, die man aber auch auf alten Instrumenten spielen kann. Also, das ist so melodisch, du kannst das auch alles so auf einem Klavier spielen oder auf so einer Balalaika oder was auch immer er gesagt hat. Das war für mich voll witzig, so einen russischen Minister über Kanye sprechen. Alter, der wurde, also 100.000, nee, Prozent, also der wurde also voll gebrieft. Ja. Also, ich weiß nicht, aber ich kann es mir überhaupt nicht anders vorstellen. Das ist ja voll die Möglichkeit für Russland für so, ja, Propaganda, also so, was ist Propaganda? So Soft Power. Guck mal, dieser amerikanische Star, der ist jetzt bei uns. Was sagt das über uns aus? Was sagt das über euch aus? Und er ist jetzt, und wir kommen cool mit ihm klar, ey, guck mal, unser, der eine Minister, der dafür zuständig ist, Leute wegzusperren, hört Kanye. Ja. Der ist cool. Ja. Hat er, hat er zu viele Leute weggesperrt? Ich glaube nicht. Vielleicht, aber er ist der Einzige, der in Yeezys Leute wegsperrt. Ja, genau, das ist doch, das ist doch, wie sind die, wie sind die Coolen? Aber ich habe, ich bin gerade, wo du beim Einmarsch warst, ich muss sagen, ich bin, YouTube ist so witzig, weil es sagt, eigentlich, es ist, der Algorithmus übernimmt so schnell die Dinge, die man gerade sucht oder die, die man sich interessiert, dass man so, also wirklich immer aktuell sehen kann, ich bin gerade der Typ, der sich voll für das Thema interessiert. Ja, 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 total. Und ich bin gerade übelst krass drin, also wie als ich 14 war im Zweiten Weltkrieg, in so Kriegssachen. Und, und ich bin da, ich bin da so, ich bin auf so einen Channel gestoßen, also so ein, es klingt ja erstmal interessant, ne? Ja, ähm, die, die Videos von diesem Typen heißen immer, Soldat reagiert auf, und dann immer so ein Kriegsfilm. Ah, okay, okay, okay. Und es ist immer so. Wie alt ist der Soldat? Das ist ein junger Soldat. Äh, ja, da, ich würde schätzen. Ist kein Soldat, der dabei war? Nicht dort, ne. Nee. Aber so Mitte 40 und der war, glaube ich, in Afghanistan oder so, das ist schon jemand, der so im Kampfeinsatz war, also so ein Veteran, also ein deutscher Veteran, so. Und das sind dann oft Leute, die sich allgemein für Militärgeschichte und, und so interessieren. Wo, glaube ich, der Übergang voll schmal ist, so, ich interessiere mich für Militärgeschichte und die Waffentechnik der Wehrmacht, so, ich hab, ich bin einer von denen. Ich hab Poster. Ich hab Poster, ich hab Merch. Ja. Ich hab Merch von denen. Naja, aber, aber, äh, das will ich gar nicht unterstellen, der ist so, der ist einfach so ein Typ, der so, ähm, darauf reagiert, ja. Und dann klingt das erstmal so voll geil. Weil, dann ist es so, eine Szene aus Soldat James Ryan, eine Szene aus Fury, ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Eigentlich ein ganz cooler Film mit Brad Pitt, so Panzermäßig. Nee, aber ich möchte auch Brad Pitt nicht unbedingt im Krieg sehen. Äh, doch, doch, das ist, das ist, der Film hat voll die Atmosphäre, der ist ganz cool. Und, äh, naja, und irgendwie Band of Brothers kennst du wahrscheinlich. Ja, aber auch nicht so. Ah ja, okay. Naja. Und dann ist es halt immer so, er reagiert drauf, ja. Und es ist, ich hab mir so zwei, drei Videos angeguckt und es ist sofort immer das gleiche Video. So, an der Stelle einmal stopp, das würde man so nicht machen. Das ist eine Zusammenfassung von jedem Video. Ja, total so. So, hier stopp, also so. Also, und auch mit so einer Arroganz beurteilt er dann so, Digga, das ist kein Krieg. Also, die haben jetzt nicht die Operation quasi falsch gemacht, sondern das ist ein Film. Also, es ist irgendwie voll, voll verkehrt, so ein, natürlich ist es ein Kriegsfilm, aber ein Filmkritiker sollte auf einen Film reagieren. Ja. Und nicht so ein Soldat, der dann sagt, also es wurde filmisch gut umgesetzt und er sagt dann so, also wirklich so ganz speziell so, ja, man würde niemals auf Panzerabwehr frontal zugehen. Und dann so stopp und dann spätestens jetzt muss der Richtstütze treffen. Ja. Und dann so, ja, aber das wäre scheiße für den Film. Ja. Weil wenn der Richtstütze jetzt trifft, ist Brad Pitt tot. Das ist vorbei. Dann ist der Film zu Ende. Das ist irgendwie wie ein Mensch, der einfach Geschichten nicht versteht, der versteht Entertainment nicht. Oder er versteht auch so einfach allgemein Fiktion nicht oder so Weihnachtsmann. Das würde es nicht geben. Für mich war so der Gedanke, das ist so, als würde so ein Physiker auf so Zaubertricks reagieren. Ja. So, hier einmal stopp. Die Frau wurde nicht durchgeschnitten. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Der menschliche Körper kann das nicht schaffen. Ja, genau. Die Wirbelsäule beinhaltet so viele Nerven. Das wäre schlicht unmöglich. Machen wir weiter. Mal stopp. Also ein Kaninchen kommt nicht aus einem Hut. Ja. Also das Kaninchen muss vorher dort gewesen sein. Das ist nicht da rausgekommen. Okay. Schauen wir mal weiter. So geht es weiter. Oder wie das ist unmöglich? Und die Leute kommentieren dann da drunter. Oh, mega. Und so. Ich meine, für Leute, die sich für so ein Manöver interessieren. Es ist ja trotzdem irgendwie cool, dann zu hören. Ich habe es mir dann trotzdem angeguckt. Und es ist so, ja, okay, so würde man es machen. So bla, bla. Aber dann waren da so einige Filme bei, die ich lange hergesehen habe. Und wo ich mir letztens so dachte, ey, ich hätte mal Bock, den wiederzugucken. Und dann führte ich so einen. Wo ich mir dachte, ey, nee, ich mache ihn mir doch jetzt hier nicht kaputt. Also es macht einfach den Film kaputt. Es lebt schon davon, dass man sich denkt, ja, man geht frontal auf Panzerabwehrkanonen zu. Also Brad Pitt macht das richtig. Er ist cool. Ich möchte wirklich so einen Physiker sehen, der dann über Star Wars redet. Nee, nie im Leben. Nie im Leben gibt es einen Oper, wo so Elektrostrahlen rauskommen. Das geht nicht. Also der Faraday'sche Käfig würde jetzt greifen. Ja, der verliert sich so auch in der Erklärung. So, ja, Stromschläge sind noch möglich. Und die kommen dann durch Aufladung und bla, bla. Aber diese Jedi-Power, nein, das geht nicht. Er ist 60 Zentimeter groß. Er ist grün. Er kann nicht so viele Saltos machen. Stell dir vor, wir würden das jetzt bis zum Ende des Podcasts immer wieder mit so anderen Sachen, mit anderen Berufen. Aber ich bin, ja, egal. Wo bist du? Ich bin in diesem zweiten Welt. Also ich bin da so tief drin. Also bei mir ist was Interessantes passiert. Weil ich habe mir Videos angeguckt von einem Spiel, das ich nicht habe. Also nicht hatte. Ich habe es mir dann gekauft. Und es ist voll krass, wie YouTube funktioniert. Weil ich habe über die Videos bin ich auf dieses Spiel gestoßen. Und das heißt, wahrscheinlich spielt das sogar jemand. Das ist ein bisschen nischig. Hell Let Lose. Das ist so ein, ich bin wie gesagt gerade voll da drin. Das ist so ein zweiter Weltkriegstaktik-Shooter, der so ultra realistisch ist. Also so realistisch, dass man ohne Scheiß, man braucht eine Ausbildung, um das spielen zu können. Es ist irgendwie voll so, ich hatte noch nicht so viel Gamespaß, aber es ist voll faszinierend. Und es ist irgendwie voll die krasse Atmosphäre. Und es ist ultra schwer, weil man halt so wirklich, also man weiß nicht, wo der Feind ist. Es wird von irgendwo geschossen. Man sieht nichts. 10, 15 Minuten lang passiert gar nichts. Man wartet. Man muss die ganze Zeit kommunizieren. Man hat einen Offizier, der einem sagt. Also das klingt so nerdisch, aber die flankieren uns, die flankieren uns. Und dann ist man so, ja, ja, ich gehe da hin. Und dann, also, und, ja, ich bin, seitdem bist du Experte. Du kannst bald auf Videos reagieren. Ja, ich reagiere auf das Computerspiel. Ich bin so, das würde man so machen. Du kannst auf den Typen reagieren bald. Du kannst ihm sagen, wie er seinen Job macht. So würde man mir einen YouTube-Channel aufbauen. Einmal stopp hier. Das ist berechenbar. Das ist berechenbar. Okay. Ich bin da, also ich habe das zwei, drei Stunden. und ich bin jetzt in einem Clan. Neue Phase in deinem Leben. Ja, und ich war noch nie in einem Clan. Du wurdest so rekrutiert wie so Amis von der Highschool, die dann so in der Mall angequatscht werden, während sie mit einem Burger irgendwo langlaufen. Ja. Wie sieht deine Zukunft aus? Ja, weiß ich nicht. Okay, gut genug. So bist du. Genau, solche Leute brauchen wir. Ja, ich war voll überrascht. Ich habe gar nichts gemacht. Das ist irgendwie so ein Anfänger-Clan. Ja, und die waren voll nett. Die meinten, ey, willst du irgendwie das auch lernen oder so? Und dann hatte ich so ein Anwerbergespräch, also spät nachts. Und der Typ hat mich so eingeführt in deren Discord, so wo irgendwelche Räume sind und wo man redet. Und was so abgeht. Und ich war echt so, ich war so leicht aufgeregt. Ich war so, ey, krass, das ist, ich war, ich war als Kind nie in einem Clan. Ich bin jetzt in einem Clan, das ist so voll die neue Erfahrung, die ich mit 31 sammle. Als Erwachsener diese Kindheitserfahrung. Ja. Du musst dir jetzt so irgendwie eine Zahnspange das erste Mal tragen. Ja, ich weiß jetzt, wie sich Michael Jackson gefühlt hat. Er wollte doch diese Kinderscheiße nachleben. Ah, okay. Ja, ja. Also er wollte doch so, er ist doch Karussell gefahren. Klar, das stimmt. Aber ich glaube für ihn... Ist kein guter Vergleich ab irgendeinem Punkt, aber... Nee, die Frage ist so, warum bist du im Clan? Also, ist es eine Verführmethode? Weil ich glaube, das war für Michael Jackson so. Ah, okay. Hey, schaut mal, ich bin auch einer von euch. Ich verstehe eure Kultur, ihr mögt Autos. Wie Autos? Lass uns bangen. Also, du meinst ein Karussell? Ja, ja, irgendwelche Autoscooter. Ach so, Autoscooter. Ich fahre auch. Wollen wir einen Kakao trinken? Wollen wir unter der Decke einen Kakao trinken? Ja, okay. Naja, jetzt, das Stressige war da so, dass er mir direkt so Trainingstermine genannt hat. Okay. So, also, ja, Training ist immer, keine Ahnung, donnerstags und sonntags, bla bla. Und dann hat er das so runtergerattert, weil er war irgendwie der Clan-Chef und er hat das Gespräch schon oft... Ist er älter als du? Naja, das ist das Witzige. Ich glaube, er ist so locker zehn Jahre jünger. Ah, er ist auch Chef jetzt plötzlich. Ja, und er war dann so der Chef. Und ich war so, ah, okay, ja. Und dann sagt er, ja, Donnerstag, Samstag, so ist das Training. Und dann war ich so, ey, ich muss ihm jetzt relativ schnell sofort sagen, yo, ich werde jetzt nicht immer zum Training kommen. Also, ich will hier den Computer spielen und nicht so weitere Verbindlichkeiten in meinem Leben haben. So, ah, nee, ach, scheiße, mittwochs, ach, Mittwochabend ist die Show, Donnerstagabend ist Clan-Training. Oh, fuck, okay. Wann habe ich mal einen freien Abend? So ein Zocken ist auch ein Termin jetzt. Ja, das war eine Pflicht. Ja, das ist witzig. Ich erinnere mich gerade an meine ersten Clan-Erfahrungen. Aber ich hatte echt gute, ja. Und draußen so auch halbe Freundschaften bestanden. Und wir hatten einen Clan, ja, der hieß irgendwie South Quarters oder so, ja. South, was? South Quarters. Okay. Keine Ahnung, ich habe vergessen, warum. Und das war ein Kumpel und ich, mein Kumpel ist drei Jahre älter und dann einfach irgendwelche so zwei random Dudes aus Münster. Und einer war so ein älter, also damals, ich weiß nicht, der muss irgendwie fünf, mindestens, also fünf bis acht Jahre älter gewesen sein als ich, war irgendwie so ein Türke, der so Kampfsport gemacht hat und auch immer wieder irgendwie gesagt hat, dass er irgendwie neulich so eine Action hatte vor irgendwelchen Clubs oder so irgendwie so. Und der andere hieß, der andere hieß Börner, ich weiß noch, wer hieß Börner, das war so ein Kiffer-Dude. Und die waren irgendwie in der WG. Aber ihr kanntet dann irgendwann die echten Namen? Jaja, ich erinnere mich, also der eine hieß Mehmet auf jeden Fall. Mehmet, der Türke, der sich prügelt. So mehr Klischee. Naja, aber er war voll korrekt. Es war ein guter Spaß, aber es hat mega viel Spaß gemacht. Einmal ist mein Kumpel auch dann irgendwie so nach Münster gefahren. Aber wegen einer anderen Sache und hat die beiden getroffen. Und das war für mich so surreal. Und er hatte einfach so ein Foto mit denen. Ich kannte immer nur diese Nicknames und diese Stimmen. Man hat ja ab irgendwann wirklich einfach so fünf Stunden am Abend so Zeit mit denen verbreitet. Und da entstehen eigentlich echt coole Freundschaften. Ja, und so Verbindungen. Ja, und Verbindungen. Und es gibt immer wieder jetzt so im Internet so witzige Videos, wo sich irgendwelche älteren Typen so an ihren alten COD-Partner oder so treffen und so, wie süß das ist. Also irgendwelche Männer, die sich so seit zehn Jahren übers Internet kennen und sich dann so treffen. Das ist eigentlich voll der schöne Moment. Ah, wow. Aber ich hatte auch mal eine Erfahrung, das war irgendwie ganz übel, ja. Und ich hasse diesen Menschen bis heute, weil der hatte es ausgenutzt, dass ich irgendwie so jung war. So meine Unsicherheit. Und erinnerst du dich, also ich kam erst sehr spät in den Stimmbuch. Ja, genau. Und deswegen habe ich mich immer unwohl gefühlt, mich in TeamSpeak allgemein so zu äußern. Ich war einfach wirklich, ja, ich hatte immer eine Ausrede, warum ich jetzt gerade kein Mikrofon habe am Anfang. Ach echt? Okay. Und irgendwann habe ich dann immer so, oder auch so wirklich versucht, so tief zu sprechen und so. Das war echt? Rush, 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 oder keine Ahnung. Irgendwie so, ja. Ah, okay. Und, aber das ist dann irgendwann rausgekommen, dass ich auch jünger bin und so. Und dann coming out als Junge. Ja, wirklich. Weil viele Clans waren auch ab 18, weil die wollten was reißen und dann muss man auf Turniere fahren und so und das Mindestalter für Counter-Strike ist 18 und da warst du wirklich nicht gern gesehen, wenn du halt jünger warst. Und deswegen habe ich die ganze Zeit so versucht, älter zu tun. Aber der wusste das irgendwann und der hat dann mit mir so richtig unangenehm gespielt. Das waren so richtige Psychospielchen eigentlich. Der hat mich irgendwie so fast schon so rausgemobbt, einfach nur, weil ich dann diese hohe Stimme hatte und dieser jüngere Typ war. Was war voll komisch, weil zu ihm hatte ich dann auch so eine Verbindung. Das hat sich dann voll komisch angefühlt, weil die haben mich dann auch irgendwie so halb gekickt und das war so komisch. Wie nach einer Zeit, nachdem du eine Weile da gespielt hast. Ja, ja, ja. Und das hat sich dann so komisch angefühlt. Das war so ein richtiger Vertrauensmissbrauch. Ja. Also irgendwie das ist voll komisch, sowas als, ja, aber ich weiß nicht, wie alt ich da war, so 15, 16, sowas zu erleben. Von so einer Gruppe abgelehnt zu werden auf einmal. Oh. Ich fand das einfach nur cool. Was? Das war voll der Psyche. Das muss ein richtiger Psyche gewesen sein. Wie, aber er hat dann irgendwann an deiner Stimme gehört, der muss jünger sein und dann nachgehakt und nachgefragt. Ja, ja, ja. Und immer wieder so kleine Jokes gemacht oder ich glaube eh auch, er hat sich dann irgendwie so genannt, um mich da so fertig zu machen. Also so kleine Insights, das war so Psyche. Oh Gott, okay. Ja. Was für ein Loser. Ja, was für ein Loser. Also so ein erwachsener Mann, der so einen 15-Jährigen mobbt, während beide so zocken. Ja, aber es ist nicht interessant, wie dünnhäutig viele Zocker sind, obwohl das eigentlich so ein Ding ist, dass man in der Freizeit macht, so zu einer Spannung. Ja, ja. Wir haben neulich Counter-Strike gespielt. Ja. Und es war unmöglich, weil dann gibt es dann irgendwelche Deutschen und die ertragen das nicht. Die verlieren da so ein paar Runden und es ist sofort so Cheater und Scheiße. Und da gab es irgendwie einen Russen, der hat nicht so gut gespielt, weißt du noch? Ah. Der so besoffen war. Nur Klischees. Also das war wirklich das Klischee. Sorry, I drunk. Yeah. I drunk. Der hat es mir auf Russisch gesagt. Sorry. Ja, ja. Niemago. Ich grahals und irgendwas. Und diese Deutschen so. So dumme Deutsche. So fuck you. Fuck you. Nee, der eine hat doch so, wir waren glaube ich vier Deutsche und er, dieser Bruder. Ja, genau. Und ich habe mir mal übersetzt, während ich Counter-Strike gespielt habe. Und dann hat dieser dumme Deutsche, der klang wirklich wie so ein dummer 19-Jähriger. So. Verpüß dich, du Missgeburt. Ja. Oh, du Missgeburt. Fuck den. Mann ey, was für ein Wichser. Und so. Und dann hörst du das so. Oh Mann, ich sollte das nie hören. Ich bin, ich sollte gar nicht, du solltest mich gar nicht erreichen können. Ja. Also so, ich sollte, ich wäre nie in der Kommunikation mit dir. Aber das mag ich nicht. In dieser Welt reinzutauchen. Mit dir, du bist so ein 19-Jähriger. Aber das mag ich nicht. Ich mag das. Ich finde es wirklich cool, dass man ganz kurz diesen Einblick hat. So und dann in diese Welt. Und es hat sich an einer Stelle auch angefühlt wie so ein Metaverse, was ja demnächst rauskommen soll, über Facebook oder so. Ah, okay. Die wollen ja, dass man komplett einfach da drin bleibt. Also denen reicht nicht 60% Bildschirmseite eines Tages. Die wollen, dass du da 100% des Tages verbringst. Und weil wir haben diese Avatare bei diesen Counter-Strike-Figuren angeschaut, während sie miteinander geredet haben. Und das war voll witzig zu sehen. Wie? Naja, also man sieht ja so, die haben dann so Lautstörche oder so. Achso, ja, stimmt. Und da haben wir gesehen, wie die sich unterhalten haben. Und das ist voll witzig. Das waren irgendwie so zwei deutsche 19-Jährige und ein so älterer, besoffener Russe, die sich dann auf einer Garte sind in deiner Welt. Aber kennst du das Konzept von Metaverse? Ich habe es gar nicht so richtig verstanden. Ja. Also man setzt sich schon eine 3D-Brille auf und fliegt dann so rum und trifft dann so Leute. Weiß ich nicht. Also es soll dann einfach so Räume geben. Und das ist das Spannende, weil physischer Raum ist begrenzt, digitaler nicht. Ja. Und sogar da werden die dann es schaffen, so Dinge exklusiver zu machen. Natürlich. Ich meine, du brauchst in bestimmte Räume nur rein, wenn du das und das gezahlt hast. Und die werden dann aufregender sein. Da wird mehr möglich sein können. Wenn du irgendwie Geld hast, wirst du fliegen können. Ja, sicher, sicher. Krass, dass sie sozusagen aus nichts auch Geld machen können. Ja. Einfach nur. Ja, Algorithmen sind ja schon eine Stufe davon. Zum Beispiel, wir verkaufen aktuell Tickets für unser Open Mic über Eventbrite. Ja, ja. Und davon gehen zwei Euro pro Ticket an Eventbrite, okay? Und die haben das einmal aufgebaut, diese Plattform. Und verwalten die. Verwalten die. Aber weltweit bekommen die auch so von so kleineren Shows wie von uns so zwei Euro pro Ticket. Also das ist Wahnsinn. Für unseren Aufwand verglichen mit deren. Ja, total. Bei einem Ticketpreis von 15 Euro, das ist voll viel Prozent. Genau. Und ich hatte gesehen, dass es da jetzt auch so eine Boost-Funktion gibt. Das ist fast schon so wie Tinder. Deine Veranstaltung wird nicht gesehen, du kannst sie boosten. Für das und das Geld. Ja. Aber die tun so, als wäre das von denen ein Feature. Aber es ist eigentlich nur ein Nachteil. Weil die schaffen die Algorithmen ja so, dass du benachteiligt wirst. Und zwar so sehr, dass du dann Bock hast, das zu boosten. Ja, das hat ja Facebook gemacht. Genau. Das war so krass. Am Anfang der Szene lief alles über Facebook. Und diese Veranstaltung haben wirklich viel mehr Leute erreicht. Und irgendwann, also so eine Facebook-Veranstaltung geht unter. Ja. Erstens, also wer ist auf Facebook, aber auch wenn man da ist, es wird einfach nicht mehr gesehen. Das ist so, das ist voll. Wir haben über Jahre Facebook-Likes gesammelt. Ja. Und das ist voll witzig, weil es gibt einen Comedian in Berlin, Shoutout, Ivan Thieme, auch ein guter Kumpel von uns. Und er hat einen Insider-Joke, den er mir immer wieder über mich sagt, okay? Weil wir haben immer wieder diese Facebook-Likes gesammelt, immer wieder am Ende der Show gesagt, so, hey Leute, folgt uns auf Facebook für zukünftige Shows und so. Das hat ja in der Zeit lang auch sehr gut funktioniert. Wir haben eine Show erstellt, alle Leute haben es gesehen und so weiter. Irgendwann haben die das so ruiniert, dass man Geld zahlen musste. Und ich glaube, an diesem Punkt ist es sogar so, wenn du sogar Geld zahlst, erreichst du diese Leute kaum, weil die selbst auch abgeschwungen sind. Ach so, okay, die sind gar nicht mehr da. Übrigens, wenn ihr von früher seid, und hier von Chips Stunde eins dabei seid, dann schreibt uns mal irgendwie auf Insta oder sonst was. Ja, das würde... Wir wollen diese alten Leute auch erreichen. Ja, auf jeden Fall. Naja, aber es gab dann einen Abend und es war, glaube ich, im Sommer. Ich glaube, da war auch Felix, Felix ist da vielleicht sogar das erste Mal oder so. Und die Show ist im Sommer ausgefallen. Und dann saßen wir so draußen und ich hatte immer so, nicht angegeben, aber ich war so stolz drauf, dass wir so 3000 lokale Likes hatten. Und jetzt habe ich so gesagt, das sind 3000 lokale Likes. Aber an dem Tag war dann niemand da, als ich das auch so ein paar Stunden davor gesagt habe. Also ich habe 3000 lokale Likes. Da ist niemand da. Und ich ziehe mich immer noch damit auf. Ach so. 3000 lokale Likes. Also was das bedeutet. Ja, das war damals, das war immer mal wieder so ein Ding, dass im Sommer war es dann immer voll schwer. Ja. So, das war immer voll krass zu sehen. Ab September, Oktober war es wieder voll. Und dann so, ich weiß noch, immer so Mai, Juni, September waren immer die schlimmsten Monate. Leute, wenn der Sommer losgeht und wenn so die letzten Sommertage sind. Aber das war sick, weil wir haben das eigentlich so nice aufgebaut. Ja. Ab irgendwann war das sogar im Sommer, also ging es. Ja. Weißt du noch, es gab so einen krank heißen Tag, das waren 37 Grad. Ja, Hochsommer war immer gut. Ja, wir waren in Italien, das waren in Berlin 37 Grad. Und da hatte, glaube ich, Ivan sogar moderiert, hatte uns vertreten. Und sogar da kamen Leute. Ja, ja, ja. Das war verrückt. Nee, ich weiß noch, das Hochsommer war irgendwie nie ein Problem. Das habe ich dann später mal gehört, dass es dann heißt, ja, Sommerpause allgemein, jetzt so Kabarett oder so, so das Klassische, die Infrastruktur in Deutschland, die Bühnen. Und ich dachte mir so, ja, aus unserer Erfahrung war gerade Hochsommer also voll die gute Zeit. So, also die Leute kommen gerne raus, haben jetzt echt so ein, zwei Monate Sonne abbekommen, müssen nicht die ganze Zeit in der Sonne sein, geben sich so eine Show und gehen danach nochmal irgendwie draußen trinken und es ist kühl, so. Ähm, naja. Ja. Aber, das mit den Algorithmen hat mich voll daran erinnert, dass ich gesehen habe, und ich habe den Artikel nicht gelesen, aber es ist eigentlich voll das interessante Thema, ähm, Smudo. Ja. Smudo hat ja Luca, das hat man irgendwann auch vergessen. Am Anfang hat man Luca gar nicht ernst genommen, glaube ich. Also ich zumindest nicht. Ah, es wurde die ganze Zeit getrasht. Also für mich ist es immer noch keine Sache. Ich habe es auch nicht installiert. Aber irgendwie, ich habe es mir auch nie geholt. Nee. Aber anscheinend haben das 40 Millionen, Deutsche. Und durch die Pandemie und durch die Dringlichkeit ist einfach Luca auf Augenhöhe mit so den größten Apps überhaupt in Deutschland. Es ist einfach eine Major-App. Okay. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist die Zukunft von dieser App, wenn die Pandemie zu Ende ist, weil die haben 40 Millionen Deutsche jetzt dran und das ist voll viel wert. Und dann habe ich nicht weitergelesen. Ich sage dir, was passiert. Es wird eine Solo-Tour geben von Smudo alleine über den Kontakt. Also so scheiße. Ich brauche euch nicht mehr. Die anderen drei. Ich brauche niemanden mehr. Nee, ich habe mal hier meinen Verteiler. Ich erreiche 40 Millionen Menschen. Ich glaube, ich kann jetzt anfangen, Ukulele zu lernen und damit touren und es ist ausverkauft. Was muss er sich denken? Aber ist doch komisch, weil mir war der Name auch immer suspekt. Weißt du, so eine offizielle App und die heißt einfach so Luca. Steht die für was? Ich glaube, das sollte einfach so unproblematisch rüberkommen. Ich finde, Corona-Warn-App ist die perfekte deutsche App. Ah ja, es ist so, es beschreibt alles. Es beschreibt alles. Es hat kein Design, es ist genau das, was du erwartest und die heißt auch so. Die heißt auch super offiziell. Da gibt es keinen coolen Twist, keine Doppeldeutigkeit, sondern es ist eine Warn-App von Corona und sie warnt dich von Corona. Das ist das so. Hey, aber wo das auf eine Art nicht funktioniert hat, das ist eine Story, die die Freundin von Yannick mir erzählt hat und zwar also wo fange ich genau an? In Rumänien. Nochmal nach Rumänien. Also es gibt diese deutsche Minderheit und jetzt gibt es Corona. Nein, also ein Arzt ein Arzt hat einen Typen, also es wurde Corona bei dem nachgewiesen. Okay. Und ich weiß gar nicht, ob der Arzt es ihr erzählt hat, ob das ein direkter Bekannter ist oder so oder es ist um eine aber es ist völlig egal. Es ist wirklich so, also das ist eine Geschichte. Und naja, dieser Typ schickt jemanden in Quarantäne. Corona wurde nachgewiesen. Dieser Typ, also der Arzt? Ja, genau. Schickt einen einen Typen, einen Patienten. Schickt ihn in Quarantäne. Hey, du hast Corona, du musst jetzt in Quarantäne. Boom, okay. Ich weiß nicht, wie lange später geht der Arzt privat einkaufen, ist im Supermarkt. Ah! Sieht den Typen im Supermarkt rumlaufen und denkt sich so, ja okay, was mache ich denn jetzt? Also, ich bin ja jetzt privat, ich habe auch eine Schweigepflicht. Wen kennst du? Kennst du den Arzt? Wie? Also, wen kennst du in dieser Story? Ich kenne niemanden in der Story. Okay, dein Kumpel kennt den Arzt? Na, ja, die Freundin, das kommt jetzt so rüber, als wäre das so über acht Ecken. Nein, die Freundin von Janek hat es erzählt. Okay, aber wer kennt den Arzt? Kennt jemand den Arzt? Doch, sie, entweder sie oder eine Freundin von ihr. Ich frage mich sozusagen, also, ja, kennt jemand den Arzt oder nur den Typen? Nein, 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 das ist die Geschichte von dem Arzt. Das ist die Geschichte von dem Arzt. Ich habe mich gerade gefragt, ob du jetzt da Gedanken reininterpretierst von dem Arzt oder ob du ihn kennst. Nein, 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 ich erzähle einfach die Geschichte so, wie sie mir erzählt wurde. Das kommt jetzt so gerade so voll konstruiert rüber. Nein. So über fünf Ecken. Also, so, das ist eine ganz, ganz normale Geschichte eigentlich. Also, dieser Arzt hat es erzählt. und er sieht dann diesen Typen und er sagt, ja, ich habe den Typen in Quarantäne gestellt und fragt sich dann so, ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe ärztliche Schweigepflicht, ich bin privat hier. Ich kann ihn nicht, soll ich ihn selber ansprechen? Ja. Was mache ich? Und dann geht er halt zum Kassierer oder von den Leuten von dem Supermarkt und sagt denen, hey, hier ist so ein Typ, der muss in Quarantäne, erklärt die Situation. Könnt ihr vielleicht eine Durchsage so machen? Was? Damit er sich angesprochen fühlt. Anstatt zu ihm zu gehen und ihm das einfach zu sagen? Ja. Das ist doch voll der Aufwand. Naja, ich glaube, also ich weiß gar nicht, wie das gesetzlich ist, ob das so einfach dann nicht, dass das nicht darf oder so. Das ist eigentlich interessant, weil er hat so, er denkt sich so, ich habe eine gesetzliche Schweigepflicht, aber ich sage es der Kassiererin, damit sie es durch den Laden brüllt. Ne, ja, ohne Namen und ohne die Personen. Ich glaube, es war einfach so, weil es indirekt ist. Ja. Warum glaubst du einfach nicht? Doch, ich glaube es. Ich fühle mich gerade so, als würde ich mir wie so ein kleiner Lügner eine Geschichte ausdenken. Für Gottes Willen, ich glaube die Geschichte, es ist für mich bloß so, dass ich mir denke, was für ein dummer Arzt, weil geh doch dann zu den Patienten, der Patient hat ja auch so ihr Vertrauensverhältnis zu dir. Also ich, so wie ich es mitbekommen habe, also ich glaube, das geht nicht oder so. So hat sie es mir erzählt. Kannst du drei Menschen einfach Menschen ansprechen, so hey, also quasi, ja, naja, hey, warte ganz kurz, ich vermute, du hast Corona. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Naja. So, Mann, okay. Die machen eine Durchsage und sagen, und machen es halt indirekt. Also sagen, ey, wer in Quarantäne muss, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was der Wortlaut ist, aber wer in Quarantäne muss, muss jetzt so, oder es gibt hier anscheinend jemanden. Ja. So. Und bitte, bitte kommen sie dann hier hin, zu irgendeinem Sammelpunkt oder so, so irgendein Punkt, so kommen sie da hin und dann regeln wir das, reden wir mit ihnen oder so. Also es war so quasi. Besser gelöst. Naja. 30 Leute tauchen auf. Was? Die sich angesprochen fühlen. Naja. Das muss man jetzt in jedem Laden so machen, oder was? Ja. Also es tauchen auf einmal so, also einfach eine Menge Leute auf, die so, ja okay, ich war gemeint, oder was? Also. Was? Ja. Alle 30, die auch dachten, die müssten. Ja, na ja, also so viele Leute haben auf die Karte. Und er dann nicht? Ist das? Nein, er war da auch wahrscheinlich. Was? Nein, was? Hey, du machst die Geschichte so weird. Nein, ich machst sie ja nicht so weird. Ich versuch's hier doch nur zu checken. Also, es ist eine witzige Story. Ja, genau, die ist über zwei Ecken mir erzählt worden. Ich trash dich doch gar nicht. Nein, aber es fühlt sich so komisch an. ich habe mich gerade wirklich zum ersten Mal auf dem Podcast wie so ein Quatscher gefühlt. Aber wirklich. Nein. Also wirklich so, wie dieser, weißt du noch die eine Folge, wo ich von dem Typen erzählt hab, der so einfach so Lügengeschichten erzählt hat, wo ich so meinte, ey, Gott, du lügst. Mit der, mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Typ. Ich habe mich gerade wie der Typ gefühlt. Nein, ähm, ich glaube, ich habe das mal auf dem Podcast erzählt. Der Typ, der so irgendeine bescheuerte Geschichte erzählt hat. Und da habe ich zu ihm gesagt, ey, das ist nicht passiert. Ja, ich glaube die Geschichte, aber ich bin wirklich überrascht über diesen, ähm, Lösungsansatz. Ich frage sie nochmal nach den genauen Details. Ich denke doch jetzt nicht, dass es gelogen ist. Nein, ich weiß. Das ist einfach nicht so, ey, ist so. Nein, ich weiß, dass du das nicht denkst, aber es hat sich so, ich bin so, krass, Alter, ich komme mir gerade so vor. Nein, volle Transparenz. Ich glaube, dieser Story. Ja. Volle Transparenz. Okay. Und dann? Naja, das ist halt voll krass. Also anscheinend, ich weiß nicht, das ist ja alles an seine Grenzen gekommen irgendwie. Also, ich glaube, also voll viele Dinge funktionieren nicht mehr so. Also, man kann, man merkt ja jetzt sozusagen, es ist so wie bei, der Staat ist wie bei so Eltern, die so überfordert sind, die machen irgendwelche Regeln und dann merkst du irgendwann als Kind, ey, krass, ich kann die brechen und, jo, die, die bestrafen mich mal nicht mehr, die kriegen es noch nicht mal mehr mit. Also, das geht ja jetzt einfach so. Also, was will man denn machen? Man kann die nicht alle kontrollieren. Es war am Anfang noch so, da hatte ich irgendwie eine Reportage gesehen, ich glaube, das war sogar Gesundheitsamt in Bremen, da haben die die so begleitet, so Kontrolleure vom Gesundheitsamt, die dann so Leute, die in Quarantäne geschickt wurden, zu Hause besuchen und an deren hinterlassene Telefonnummer anrufen und die bitten, ans Fenster zu kommen, damit sie die sehen. Ach echt? Also, so wurde kontrolliert. Ja, ja. Und, und ich weiß nicht, ob das noch läuft. Ich glaube, bei weitem nicht, weil das war so eine Zeit, ich habe keine Ahnung, aber da gab es so 200 Corona-Fälle in Bremen oder so und dann kam, dann waren das so zwei Leute, die das bearbeitet haben oder ich weiß nicht, wie viele, aber so und, und jetzt, also bei so, bei jeden Tag kommen 40.000 Fälle dazu. Ah, krass. Ihr müsst in Quarantäne. Ja, genau. Ja, ich gehe in Quarantäne. Ja. Ja, schauen wir mal, ob ich hier in Quarantäne bin. Ich glaube, es ist mittlerweile so undurchsichtig geworden auch, wer wie lange und so. Das gewählt jetzt irgendwie so neue, gesonderte Regeln. Die haben das ja voll verkürzt. Also, oder? Das ist auch so eine Sache. Also, ich glaube, voll viele wissen aber noch nicht mehr. So, ja, stimmt. So bin ich, so darf ich jetzt noch fünf oder zehn Tage, also wahrscheinlich waren viele von denen, die sich angesprochen gefühlt haben. Ah. So, dann vielleicht irgendwie den siebten Tag oder so, da waren am siebten Tag draußen und dachten sich so, ah, holy shit, bin ich vielleicht gemeint. Aber das war mit Omikron, war dann so verkürzt, kann das sein? Ja, einfach, wenn du jetzt irgendwie so geboostert bist oder sonst was. Ach so, okay. Aber es ist interessant, weil ich habe einen Kumpel, also, naja, okay, also der Kumpel hat einen Kumpel, der arbeitet beim Finanzamt, okay? Der ist im Finanzamt, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so nicht direktiv, aber der ist so halt auswärts. Er sitzt nicht nur im Büro, sondern die überprüfen dann auch so Sachen. Ah, okay. Und der war mal bei so einem Gärtner und da war irgendwie was so auffällig, irgendwie mit den Fliesen, also so irgendwie der Gärtner. Wie, war er da privat? Nein, nein. Ach so, er war auf Kontrolle. Genau, also das war irgendwie so, irgendwie so welche Fliesen. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle. Er hat irgendwie gesehen, wie er das selbst abschreibt, obwohl er, obwohl er es bei sich selbst eingebaut hat. Ach so, okay, bei sich privat hatte er irgendwelche, okay, genau. Und dann hat er ihn irgendwo gesehen, so einfach so irgendwo, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das war, hat er ihn einfach irgendwo gesehen, so außerhalb Deutschlands. Beide sind Touristen, das ist ja auch eine andere Wünsche. Nein, wirklich. Ja, und dann sieht er, dass er dort so, also nicht nur Fliesen hat, sondern auch so Gold im Einkaufswagen, also ganz viel Gold. Im Einkaufswagen. Ey, nee, ey, das ist auf keinen Fall eine Rache, das ist auf keinen Fall Rache für ihn gerade. Aber ich habe mich gerade echt gefragt, Gold, Gold, oh mein Gott. Ach, du hast mich verarscht. Ja. Ich dachte, ich habe es noch gerade geglaubt, ich war so, hä? Hä? Das ist gar nicht mehr ausgehalten. Ich habe es noch nicht mehr ausgehalten. Ich habe es noch nicht gebrochen. Ich habe gerade echt gebrochen, ich so, hä? Also, bin ich jetzt komisch, wenn ich bei ihm jetzt auch nachfrag? Nein, das ist gar nicht böse. Ich dachte schon, du checkst es noch, ich muss nicht lachen. Nein, das ist gold, ey, das ist gerade gold. Nee, Mann, okay, willst du? Aber du hattest mir mal diese Fliesengeschichte erzählt. Nein, ich weiß, es gibt eine Fliesengeschichte. Aber das ist nicht so ein Typ, der, der Gärtner, warte, ich kriege die Fliesengeschichte noch zusammen und du sagst mir, ob es die Geschichte ist. Die Fliesengeschichte war, glaube ich, dein Finanzamtkumpel überprüft den Typen, der hat sich Fliesen gekauft als Firmenausgabe und irgendwie kommt er zu ihm zu Hause ins Badezimmer und sieht dort geile Fliesen. Nee, das war dann eine Prüfung oder irgendwie so. Das war auch, ja, dass ich über... Ich dachte schon so, nee, du hast es selbst gecheckt. Ich dachte, ich war sofort so im Ausland. Als ich gesagt habe, im Ausland und Gold und du dann so Gold, dann sagst du, scheiße, okay, weißt du... Welches Land war das irgendwie so? War das die Cayman Islands? Kann man da Gold kaufen? Kann man da Gold im Supermarkt kaufen? Ich habe mal einen Barren gekauft übrigens. Ich habe mal Gold gekauft. Ja? Ja, ja, mit einem... War es Gold oder Silber? Ich bin mir gerade nicht sicher. Mit einem meiner ältesten Freunde, Tammy. Ich finde, das ist eine scheiß Story, wenn man sagt, ich habe Gold gekauft, einen Goldbarren und dann so voll spannend. Und dann so nächster Satz, ich bin mir nicht sicher, war es Gold oder Silber? Weil es geht um Gold. Silber ist schon keine Geschichte mehr. Also ein bisschen, weil es ist dann so... Ich hatte den so... Ich hatte einfach so diesen Rohstoff. Also du hattest wirklich... Ich hatte es. Ich hatte einen kleinen Barren. Ja, das waren... Ich weiß nicht mehr, was es war. Wirklich so wie ein Comic. Ja, aber nicht so groß. Also es war nicht so... Das sind ja diese fetten Dinger. Ja. Es ist komisch an so einem Typ, der dann denkt, dass das auch so flexend ist, wenn man den überall dabei hat. Das war es als Kette so. So erst mal. Hier, mein Autoschlüssel. Nee, das war... Ich weiß nicht mehr, wie groß es war. Ich war da 20. Das war so kurz, bevor ich weggezogen bin aus Bremen. Und er war und, glaube ich, ist voll fit in so Finanzen. Also mein Kumpel, der ist voll krass. Er hat sich mit... Er hat, glaube ich, irgendwie so mit 14, 15 die ersten Aktien gekauft. Ah, krass. Also ich glaube, irgendwie so war es. Und der war voll... Ein super smarter Typ. Und der hat sich... Also der hatte... Er war so voll weit bei solchen Sachen. Also ich weiß noch, ist das so witzig. So als ich noch geböllert habe. Ja. Also und ich war so voll drin. Dann war ich zwölf. Dann meinte er, das Geld verschwenden. Ah, ja. Aber krass. Aber das habe ich auch schon damals gedacht. Ja. Und dann trotzdem noch ein bisschen mitgemacht. So irgendwie so einen Schinken gekauft. Ja, ja. Er meinte so, das ist voll sinnlos. Das ist voll die sinnlose Scheiße. Ja, okay. War es eigentlich witzig, weil investieren ist genau das Gegenteil von Böllern. Ja, ja. Das ist das genaue Gegenteil. Das ist das genaue Gegenteil. Ja, der hat sich echt so Börse reingezogen und so. Und er hat voll die interessanten Sachen gemacht und machte ja gerade. Vielleicht hört er das Shoutout. Ja. Coach uns. Coach uns. Naja, und mit ihm. Und er hat mich so ein bisschen für das Thema so, hey komm, bla und so und so. Und ich hole mir das. Und das könnte steigen und so. Und naja, dann hatte ich so Silberbarren bei mir im Kinderzimmer. Naja. Und ohne Scheiß, ich habe die im Endeffekt verloren. Was? Verliert man dann das dann? Ja, es war ja nicht so crazy viel Geld. Es waren so, ich glaube jeder Barren waren so 200 Euro, 300 Euro, ich weiß nicht. Also für damals war das natürlich auch, also es ist ja relevant viel Geld, jetzt auch, aber damals war das auch viel. Aber irgendwie war ich so dumm. Ich weiß nicht mehr, wo die sind. Also die sind einfach in diesem Kinderzimmer, von dem Kinderzimmer geschluckt worden. Diese Silberbaren. Das ist passiert, ja. Mittlerweile bin ich mir übrigens sicher, es war Silber. Ah ja, okay. Je länger du das erzählst. Ja, also umso klarer wird, nee, das war Silber. Aber es wird sich erinnern, also war das bei euch ein Ding, weil es war safe bei uns ein Ding, also hier in der Köln, in Berlin irgendwie, so dieser Schinken-Böller. Ja, total, Schinken. Also das war wirklich, das war ein Statement. Ja. Schinken hast du. Ja, total, total. Das waren so Angeber, du konntest damit auch wirklich angeben. Das war so wie ein PS oder so. Du konntest so ein Statussymbol. Nee, es gab diese Irrenkinder, wo die so, glaube ich, auch so einen Böller-Vater hatten, der so richtig, der so so, ich bin Böller-Daddy, ich böller richtig gerne, ich bin Mitte 40, aber so richtig hängen geblieben. Und dann war das so, ja, ich und mein Papa, wir haben acht Schinken, zwölf Schinken. Findest du nicht, dass dieses Böller-Verbot auch eine gute Parallele ist zur Drogenpolitik, wenn man die so zu restriktiv hält, dass sich die Leute das dann trotzdem irgendwie besorgen? Ah, okay, das ist eine interessante Frage. Ja, weil es wurde ja geböllert und dann so Polenböller. Ja, in Polen eine Schlange oder so. Weißt du, das ging so schnell. Ja, ja, ja. Aber es war so ganz klar so die Kausalität dessen. Es war ganz klar so zurückzuführen auf worauf, warum die da standen. Das war kein Zufall. Es war verboten, Schlange in Polen. Ja, das ist irgendwie witzig, weil das letzte Mal, als Deutsche, also so viele nach Polen gefahren sind, war auch viel Böller an. Ja. War auch um zu knallen. Um rumzuknallen. Ey, das wollte ich dir doch zeigen, Mann. Ich weiß nicht, wem da, ähm, wie heißt er? Steinmeier? Altmaier-Steinfried. Ja, wie heißt er, fährt er von der CDU? Altmaier. Altmaier. Das Schlemmermaul. Er hat ein unbeschreibliches Gesicht. Ich finde Olaf Scholz und er. Aber er hat so zu viele Features. Ich finde, Olaf Scholz hat zu wenig, aber er hat so zu viel. Ja. Ja, ja, er ist so. Ja, er ist so. Ja, er ist so. Ja, irgendwas mit der Lippe oder so. Aber ich glaube, er ist ein netter Typ. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube, er ist ein netter Typ. Ich glaube, er ist nett und body-positiv. Ich better be. Naja, aber er hatte irgendwie diesen Tweet. Er hatte mit irgendeinem auch so polnischen Minister oder so. Sich auszutzt auch schon über Twitter. Und ich glaube, er war da schon besoffen oder so. Der polnische Minister? Nee. Er? Ja. Wirklich? Das kann gut sein. Weil er hatte dann irgendwie so. Yeah, best greetings to you too. Here in Berlin, they are still, also irgendwie so, shooting the bellers. Oder was auch immer. Ja. It feels like the communists are attacking. Was? Ja. Und das war dann so. Jesus. Also weißt du überhaupt um deine Position? Also irgendwie. Er weiß ja eben nicht. Es ist der Machtverlust. Nee, aber genau. Er ist ja, glaube ich, jetzt gerade niemand. Aber das war dann so. Ja, das war wieder so. Wie mein persönliches Stalingrad. Ja, ja, ja. Das fühlt sich dann wieder daran. So was? Okay, das ist, glaube ich, keine gute Idee, so besoffen Twitter zu benutzen. Ey, ich glaube, es gibt so viele Alkoholiker unter Politikern. Aber okay. Das ist jetzt voll fies. Ey, ich hoffe, Peter Altmaier hört nicht diesen Podcast. Naja, er hört sie nicht. Ich weiß nicht. Meinst du? Ja, ziemlich sicher, dass er ihn nicht hört. Ja. Naja, aber okay. Ja, nee. Also eigentlich nur das. Ich glaube, da gibt es richtig viele, die sich abends immer, immer, also wirklich, es gibt ja nicht wenige Menschen, die sich abends immer noch eine ganze Flasche Wein reinballern. Ja, das ist ja bei Comedy so eine heftige Verführung. Ich habe es ja sogar bei ein paar Leuten erlebt. Du vielleicht auch. Weil Comedy ist eine Sache, die von der Leichtigkeit, von der Offenheit lebt, wie frei man einfach auf der Bühne ist. Und die meisten sind mindestens etwas freier, wenn die getrunken haben. Ja, ja, klar. Und bei Comedy bekomme ich auch immer noch so ein Freigetränk. Und dann rechnest du so zusammen. Okay, ich fühle mich freier, wenn ich Bier trinke oder ein alkoholisches Getränk. Dann mache ich das. Und dann ist es aber irgendwann, kannst du nicht mehr. Ja, ja, ja. Das ist mega gefährlich. Also, das sollte man sich gar nicht angewöhnen. Nee. Später, zufällig gestern, gestern hatte ich ein ganz kleines Bier auf der Bühne, wo ich so daraus genippt habe. Das habe ich früher gar nicht gemacht. Das habe ich mir so kategorisch verboten. Und jetzt habe ich das Gefühl, ab und zu kann man mal so sein. Man hat so, es ist so völlig im Rahmen. Nee, das sollten so keine Stützen werden. Und dann traust du dich nicht mehr, diese Stützen abzunehmen. Dann bist du immer auf diesem Kinderrad. Ja, total. Also, es ist dann so einfach nur so, hey, heute habe ich mal Bock. So ein bisschen, es hat gar keine Wirkung. Also, es ist einfach nur so, ich trinke so, wie bei dem Set verteilt, 0,1 Liter Bier. Also, 100 Milliliter Bier. Klar. So. Es ist irgendwie so ein Stimmungsding manchmal, dass man irgendwie das Gefühl hat, aber irgendwie macht es mich, es ist ein psychologischer Trick oder so, irgendwie macht es mich so. Naja. Aber es war, also, Shoutout an alle, die gestern da waren. Ja, die Show hat echt Spaß gemacht. Ja, da war, ey, das war so ein cooles und cool durchmischtes Publikum. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wirklich. Ja, das war eine richtig coole Show. Wir machen die Show jetzt jeden Sonntag. Ja. Wahrscheinlich zwei Shows jeden Sonntag. Genau, das ist ein Open Mic. Wir testen da Jokes. Ihr seht da auch so andere Berliner Newcomer-Comedians, die ihr vielleicht gar nicht kennt. Und dann ansonsten auch so bekanntere Gäste. Die Tickets gibt es bei uns auf Chips und Kaviar auf der Instagram-Seite, in der Bio. Oder auf Eventbrite. Wenn man da einfach Chips und Kaviar eingibt, dann findet ihr das. Aber wir packen einfach am besten den Link auch irgendwie hier einfach in die Bio oder so hinten. Ja, klar. Also, bei den Podcast-Notizen ist das drin. Aber als du gerade meintest, das wurde vom Kinderzimmer verschluckt, ist voll interessant, weil ich habe es neulich gehört. Also, es sind anscheinend in Deutschland immer noch über 10 Milliarden D-Mark im Umlauf. Also, die gibt es noch. Ja, 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 ja. Wo ist eigentlich ein Oma, so eine Schatulle. Ja, das ist der Onkel Gertrud Oma. Genau das. Das sind ein paar Tauis, die du nicht umgetauscht hast. Voll krass. Man hat doch sofort, wenn man es hört, das Bedürfnis ist zu finden, oder? Ja. Das kannst du ja safe immer noch umtauschen. Ja, das ist irgendwie so ein offensichtliches, also das ist so wie so ein verborgener Schatz, der gar nicht verborgen ist. Er ist nur heftig verteilt. Ja, 10 Milliarden, ey, ohne Scheiß, also schickt uns diese D-Mark. Ja. Falls ihr keinen Bock habt, um euch drum zu kümmern, schickt es gesammelt. Ja, wir würden 10 Milliarden D-Mark an. Genau. Aber kann man noch rumtauschen? Oder ist das... Muss das gehen? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die dann irgendwann sagen, so top, die Wette gilt so mäßig. Ich verstehe, aber du hast wirklich einfach so, die gehören davon so 5 Milliarden, du hast sie vergessen. Du hast 5 vergessen. Oh. Scheiße. Euro teuro. Euro teuro. Ich wollte mich dem nicht beugen. Niemand war so... Niemand war so teuer. Wie viel? Ja. 5 Milliarden. Ich glaube aber, das gab es bei der, wie hieß die Mark der DDR? DDR-Mark? DDR-Euro? Da gab es ein Enddatum. Na. So, bis dahin konnte man umtauschen. Und ich glaube, da haben eine Menge Leute Geld verloren. Na, das ist ärgerlich. Das ist ja wirklich so richtig schlechtes Geschäft. Ich bin mir sicher. Du hast das Geld schon. Ja. Und dann kannst du es nicht mehr. Ja. Was geht ab mit der Inflation eigentlich? Wie interessiert uns das dafür? Ja. Nee, wir sind noch nicht so sehr in diesem Finanzthema. Aber bekommst du irgendwas so in Richtung... Du meinst Christine Lagarde lockere Geldpolitik? Mhm. Aber... Beweist du jetzt so? Nee, ich habe keinen Namen und ich kenne Begriffe. Ja. Bekommst du irgendwas mit von diesen ganzen NFTs oder irgendwie so? Nee, ne? Nee, ich habe es nicht ganz gecheckt. Also das würde mich auch wunderbar von einem Menschen, der eine App braucht, um Word-Dokumentation, so PDFs zu konvertieren. Plötzlich so kommst du mir mit der neuesten Blockchain-Technologie, wenn du da investierst. Nee, naja, man kann sich so digitale Gegenstände, sind jetzt Wertgegenstände. Ja. Die sind einmalig. Und das ist interessant, weil es so die ganze Zeit unendlich getrashed. Ja. Weil... Weil es einfach nichts ist. Naja, aber die Technologie dahinter ist dann schon spannend. Also du kannst dann irgendwie, ja, Dinge verschlüsseln und das gehört dann nur dir. Also das ist irgendwie so ein Code in der Datei, in der Sache. Und dann kannst du es nachvollziehen. Also ob es wirklich das Original ist. Das könnte so irgendwann relevant werden für Tickets oder so. Ah, okay. Ja, dann hat jeder jedes Ticket so ein Code und kann dann nicht mehr nachverkauft werden. Also irgendwie... Nicht weiterverkauft werden. Irgendwie sowas. Ah, okay. Also das ist das Spannende, dass neue Technologien erst mal scheint es so... Ich glaube auch, dass jede neue Technologie erst mal getrashed wird. Weil der Gedanke ist so, ich habe es auch immer ohne funktioniert. Ja. Und dann schaut man sich die schwächste Stelle der Technologie an und trashet es dann sofort. So wie es gerade bei NFTs ist. Aber ich glaube, ich meine, ich trashe es selbst. Weil es gibt ganz viele Leute, das ist so ein Running Joke, mir erinnert geworden. So, hört auf, Screenshots zu machen von meinem NFT. Das ist ein Diebstahl. Aber diese Beschwerde zeigt ja sofort das Problem. Ah, okay. Dass dir nichts gehören kann im Internet und so. Ah, okay. Man kann das einfach wegscreenshoten. Okay. Aber das bekommst du. Das ist nicht deins. Da bin ich gar nicht rein. Du bist eher im Zweiten Weltkrieg. Du gehst eher in die Vergangenheit. Digital in die Vergangenheit. Da gab es einfach Rechner. Da gab es, glaube ich, die ersten Rechner. Gerade so vielleicht. Nein. Ja doch. Die waren so groß wie so ein großes Zimmer einfach. Ja, kennst du das? Genau. Das waren dann immer so Zimmer. Und die konnten dann so, die hatten so ein Megabyte. Ja. Das ist immer so verrückt, diese Rechnungen. Ja, ja. So, ja, das war alles ein Megabyte. Hast du mal eine Diskette benutzt? Das was? Diskette? Ja. Ja, ja, ja. Das war auch noch in unserer Zeit. Ja, ja, ja. Das ist so witzig. Und jetzt haben wir irgendwie iPhones, Clouds. Das war noch gerade so, ne? Gerade so. Ja, irgendwelche Dateien fliegen gerade hier durch die Luft. Und dann hatten wir mal hier dieses Plastikding, wo so wirklich so 500 Kilobyte oder so draufgepasst haben. Und manchmal so 1 MB oder so. Oder vielleicht so 5 MB. Ja, ja, ja. Also jetzt haben wir USB-Sticks mit, was auch immer, wie viel Terabyte? Zwei. Das ist eine neue Welt da draußen. Und Chaos fühlt sich nicht wohl. Ey, aber es ist auch voll so, ich bin ja eigentlich so das perfekte Opfer der Digitalisierung. Vor allen Dingen, also ab in 5 Jahren, 20, 30 Jahren, dass ich so auch voll den Anschluss verliere. Ja, also du, ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe ihn jetzt barely. Also das ist ja wirklich, also das sehe ich total, das Problem mit der ganzen Digitalisierung und so. Ja, zahl doch einfach immer nur mit deiner Karte oder mit deinem Handy. Ja, was ist aber mit alten Menschen und mit Obdachlosen und mit Obdachlosen alten Menschen? Mhm. Also sonst müssen alle wie Michael Nimmersatt werden, der dann irgendwie so ein Cardreader, also der irgendwie... Ach so. Ey, Leute haben den gefunden, ne? Ja. Den gibt es wirklich. Den gibt es wirklich. Den gibt es wirklich, ja. Ja, ey, wollen wir uns abrappen? Ja, ich bin auch ein bisschen hungrig, deswegen... Leute, geht zur Europatour Berlin, heute sozusagen. Yes. Mainz und dann Trier oder anderswo? Trier und dann Mainz. Trier. Und alle weiteren Termine auf standup44.de, geht auch zu Carbus, zu Langlebe Carbus Galanta. Und alle Tickets auf carbusgalanta.de. Ansonsten alles Relevante, was in der Folge genannt wurde, an links findet ihr in den Podcast-Notizen dieser Folge. Und wir sind auch selbstverständlich neuerdings auf YouTube mit drei Kameras. Yay. Also mit drei Winkeln, ey. Deswegen schaut da auch mal... Schaut euch die Tische an. Ja, wir haben Tische, ey. Was für Tische? Hm, ich glaube, ich gehe auf YouTube. Ich gucke mir das an. Das YouTube-Video kommt immer um 14 Uhr, ne? Dienstag ist 14 Uhr. Ja, wir versuchen das immer da so um 14 Uhr hochzuladen. Am Dienstag auch. Und ey, das war's von uns. Hat wieder Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.